Die Tagungshäuser der Evangelischen Landeskirche in Baden. Sie haben Ansprüche, in der Sie sich wohlfühlen und in der Sie ein Team bei der Durchführung und Organisation Ihrer Veranstaltung unterstützt. Genießen Sie leichte und ausgewogene Ernährung, umgeben von einer herrlichen Urlaubslandschaft im Nordschwarzwald. Herzlich Willkommen im Haus der Kirche in Bad Herrenalp. In der wunderschönen Urlaubs- und Kurstadt Bad Herrenalp im Nordschwarzwald liegt die Tagungsstätte der Evangelischen Akademie in Baden. Das Haus liegt in direkter Waldrandlage mit wunderbarem Blick über das Albtal. Zahlreiche herrliche Wander- und Radwege sind in der unmittelbaren Umgebung gelegen. Der historische Stadtkern, in dem einmalige Überreste eines im 12. Jahrhundert erbauten Zisterzienserklosters zu bewundern sind, sowie das erholsame Thermalbad sind gut zu Fuß zu erreichen. Die Tagungsstätte der Evangelischen Landeskirche in Baden wurde vollständig renoviert und erweitert. Sie verbindet die Erwartungen an ein modernes Tagungs- und Bildungszentrum mit der christlichen Tradition der Gastfreundschaft. Bereits seit den 50er Jahren ist das Haus die Tagungsstätte der Evangelischen Akademie und der Landessynode. Zahlreiche andere kirchliche und gesellschaftliche Gruppen, sowie Industrieunternehmen und Verbände veranstalten hier regelmäßig ihre Kongresse und Seminare. Ein neu errichteter Erweiterungsbau bietet Platz für bis zu 160 Tagsgäste. Durch architektonisch raffinierte Planung kann er an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden. In allen zwölf Veranstaltungs- und Seminarräumen befindet sich hochwertige Technik mit modernster Medienausstattung. In zahlreichen Tagungsbüros und einem lichtdurchfluteten Vortragssaal mit herrlichem Ausblick findet so jede Tagung oder Veranstaltung ihr passendes Ambiente. Das Haus verfügt über 93 komfortabel eingerichtete Zimmer, die teilweise einen herrlichen Ausblick bieten. Vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband wurde das Haus der Kirche in Bad Herrenalp in die Drei-Stern-Kategorie für Komfort, Unterkunft, für gehobene Ansprüche eingestuft. Im modern eingerichteten Speisesaal mit Wintergarten finden bis zu 160 Personen Platz. Die Küche ist bekannt für ihre leichte und ausgewogene Ernährung. An reichhaltigen Buffets findet jeder Tagungsgast das passende Gericht. Die Tagungsstätte ist von Karlsruhe, Pforzheim, Baden-Baden und Stuttgart aus hervorragend zu erreichen. Sie ist gut, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus und Bahn oder dem PKW zu erreichen. Ausreichend Parkplätze finden sich rund um die Tagungsstätte. Das Team des Haus der Kirche Evangelische Akademie in Baden freut sich, Sie mit Ihrer Veranstaltung, Tagung oder einem Seminar in Bad Herrenalp begrüßen zu dürfen. Mehr über die Tagungsstätte erfahren Sie unter www.ev-akademie-baden.de